Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ich bezeuge la ilaha illallah und ich bezeuge muhammad rasulullah, salawatu rabbihi wassalamu alaihi, Ramadan Tag 28, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ich traue mich zu sagen, dass das größte Problem von uns Menschen die Sorge vor der Zukunft ist. Was passiert? Man hat Existenzängste, man hat Todesangst, man hat Liebesangst, werde ich noch geliebt, kann ich lieben, werde ich eine Familie aufbauen, kriege ich Kinder, schaffe ich das Leben wie alle anderen, normales Haushalt zu führen, etc. pp und so weiter. Aber was ist, wenn ich dir sage, mein Bruder, meine Schwester, dass das eine Sache ist, die vom Schaitan kommt? Das Überdenken, das zu viele Nachdenken über eine Sache ist nicht gut? Warum Abdelhamid? Es ist doch okay, wenn man Prioritäten setzt oder einen Plan hat, ja, davon redet ja keiner. Aber diese extreme Angst und dieses extreme Überdenken von Situationen ist vom Schaitan. Warum? Weil er dir alle möglichen Sachen in deinem Kopf einflüstert, sodass du, bevor es überhaupt dazu kam, schon selbst darüber geurteilt hast. Oder ohne zu wissen, was passiert, hast du schon alle Szenarien ausgemalt und hast dein Leben dementsprechend angepasst. Ja, ich werde es nicht schaffen. Ja, ich werde eh das. Ich kriege es eh nicht. Und dementsprechend gestalten wir unser Leben. Aber wie sollte eigentlich das Leben eines Muslims aussehen, Abdelhamid? Wallah, eigentlich hat Allah das Leben für einen Muslim, für einen Muslim auf dieser Dunia sehr, sehr einfach und schön gestaltet. Es ist einfach nur Tawakkil ala Allah. Vertrauen auf Allah. Allah hat schon für dich geschrieben, was kommen wird, was nicht. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Mutter, die das Kind gebärt, in der 120. Nacht, kommt der Engel herabgesandt von Allah mit der Seele für das Kind. Und wenn er die Seele in das Kind reinlegt, wird auch sein Schicksal mit reingelegt. Das heißt, schon in dem vierten Monat, 120 Tage sind vierte Monat, Beginn des vierten Monats, wird dein Baby zu einem Baby, zu einem Menschen, der eine Seele trägt. Und schon im Bauch deiner Mutter, bevor du diese Dunia überhaupt gebrochen oder berührt hast, hat Allah schon entschieden, Ob du arm sein wirst, ob du reich sein wirst, wie lange du leben wirst, wann du sterben wirst, was für Probleme auf dich zukommen und welche nicht. Und wenn das nicht reicht, wir kennen ja die Geschichte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, mitten in der Nacht wurde mein Dach meines Hauses aufgerissen. Jibril kommt rein und sagt, komm mit dir, Mohammed. Und dann wurde ich gebracht zum Halbkreis an der Kaaba. Und da wurde meine Seele von der Brust rausgenommen und in Behälter mit Wasser vom Paradies gewaschen. Und dann wurde so ein schwarzer Klumpen rausgenommen von meinem Herzen. Dann wurde es wieder in meine Brust eingesetzt. Burak war dort erwarten, das Tier mit dem Flügel an den Füßen. Ein Schritt, so weit wie das Auge sehen kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam reiste in einer Nacht von Mekka nach Falestin zu Jerusalem. Jerusalem, Mesjid al-Quds angekommen, betete das Gebet mit allen Propheten hinter ihm. Dort kommt El-Miraj, wir nennen es Aufzug, eine Art goldener Aufzug. Jibril sagt, geh rein ja Mohammed, ich gehe rein Jibril mit mir, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sie durchqueren die Himmel, als wäre es nichts. Und durch jeden Himmel angekommen, trifft der neue Propheten. Im ersten Himmel war es Adam, im vierten Himmel war es Idris, im sechsten Himmel war es Musa, im siebten Himmel war es Ibrahim. Als der Ibrahim getroffen hat, sagt Jibril, geh und grüß den Vater. Weil Ibrahim der Vater der Propheten ist. Und dann geht er, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, ya Mohammed. Gib deiner Ummah salam von mir. Ibrahim hat uns salam gegeben, für dich und für mich. Und er sagte, sag ihnen, der Boden von Al-Jannah ist fruchtbar. Mit jedem guten Wort, mit jeder guten Tat, befruchten sie ihre Erde in Jannah. Nur nebenbei ist mal zu erwähnen, Rasulullah salamu alaikum salam sagte, jeder der sagt, subhanAllah wa bihamdi. Gepriesen sei mein Herr, frei von Fehlens mein Herr. Und gelobt, dem wird eine Palme im Paradies eingepflanzt. Er verlässt Nabi Ibrahim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kommt an Sidratul Muntaha, der Sidrbaum, die äußerste Grenze der Schöpfung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, so groß, so gewaltig, Beginn des Paradieses, endet mit der Krone in Ferdows. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, so viele Farben, die in diesem Baum hoch und runter gingen, Farben, die ich noch nie gesehen habe. Goldene Schmetterlinge, die drumherum fliegen, die Seelen der Geschöpfe gehen rein, nachts, wenn du einschläfst, gehen in diesem Baum hoch, durch die sieben Himmeln, genau in diesen Sidrbaum. Deine Bittgebete, deine gute Taten, alles geht rein in diesen Baum, fliegt hoch und über die Kronen wieder verteilt zurück auf der Dunja. Und Jibril sagt, ja Rasulullah, geh dorthin, überquere es. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, Jibril, komm mit mir. Jibril, Aleyhisselam sagt, mir ist das nicht erlaubt, ja Mohammed, das ist nur für dich gedacht. Deswegen sagen wir, unser Prophet ist Afdalul Khalk, die bevorzugte Schöpfung. So verlässt Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, als Sidratul Muntaha, um dort mit Allah zu sprechen. Als er die Grenze der Schöpfung überschritt, hörte er eine Art Stift, was auf einem Blatt schreibt, über sich. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam war verwundert. So fragte er Jibril, ja Jibril, der nicht mitkommen durfte, sondern von Weitem, Jibril, was ist das? Ich höre ein Schreiben. Jibril antwortete, das ist der Stift, den Allah erschaffen hat. Und dieser Stift ist nur dazu da, um das ganze Schicksal aller Geschöpfe aufzuschreiben. Und diese Tinte ist getrocknet und sie kann nicht verändert werden. Das, was dieser Stift darauf schreibt, auf wohlbewahrten Tafeln, wie Allah es im Koran erwähnt, dies kann keiner ändern und genau dies wird für die Schöpfung geschehen. Für jeden Einzelnen auf dieser Dunja. Allah hat schon entschieden, dass du an diesem und diesem Tag zur Welt kommen wirst, an diesem und diesem Tag zu ihm zurückkehren wirst. Allah hat entschieden, dass diese zwei Menschen der Grund sind, dich auf diese Welt zu bringen. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hat entschieden, an diesem Tag wirst du weinen und an diesem Tag wirst du lachen. An diesem Tag wirst du opfern und geben und an diesem Tag wirst du nehmen und bekommen. Und jetzt kommen wir, la ilaha illallah, und machen uns Sorgen über etwas, was eh nicht in unserer Hand ist. Deswegen, liebe Geschwister, Allah hat das Leben sehr, sehr schön erschaffen. Möge Allah uns mit Lebensfreude segnen und möge Allah Subhanahu Wa Ta'ala uns mit Afir, mit Wohlbefinden segnen. Mach das Beste aus deinem Leben, mach das Beste aus deinem Leben, aber verschwende es nicht. Mach das Beste, aber verschwende es nicht. Das Leben ist viel, viel mehr als nur arbeiten und studieren und Rechnungen bezahlen und Geld. Das Leben ist so schön. Es gab es mal einen, der sagte, der Arme, das Einzige, was er hat, ist nur Geld. Und wenn man drüber nachdenkt, ist das so. Das Leben ist viel, viel mehr als das, was wir denken oder viel, viel mehr als das, was uns gezeigt und erzählt wird. Das Leben ist das, was Allah erschaffen hat. Und wenn der Schöpfer in einem Buch erwähnt, wie wir zu leben haben, ist dies die beste Art und Weise. Auf das wir erfolgreich sind und auf das Allah uns mit einem schönen, ruhigen, gesegneten Leben segnet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.